Hey Internet und YouTube, zurück bei Minecraft und in meinem Versuch. Ich denke, jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich einen Schluck nehmen, aber wenn wir das Spiel machen, dann bin ich in 10 Minuten völlig betrunken. Und das kann es ja wohl auch nicht sein. Hier bleibe ich mal kurz stehen, um hier den Schwung zu nehmen. Ihr versteht, was ich meine. Okay. Das ist überhaupt kein Problem, wir werden das easy, easy, easy schaffen. Vielleicht muss ich doch auch hier den Schwung mitnehmen. Okay, perfekt, wunderbar. Wir sind schon einen Block weiter. Ich möchte meiner Familie danken. Ha ha ha, so sieht es nämlich aus. Okay, der Schluck hat geholfen vielleicht. Es ist Cola, YouTube. Es ist Cola. Mit Whisky-Cole. Nein, ist es nicht. So, jetzt hier rauf. Wunderbar. Ich meine, ich habe nicht die geringste Idee, ob das der Weg ist, aber warum gibt es hier so viele Wege? Warum? Ich mag es nicht. Ich glaube, ich kann sterben. Okay, perfekt. Auch das hätten wir im Nu ruckzuck geschafft. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ist hier noch. Okay, hier ist... Das ist die End. Hier habe ich es nicht geschafft. Oh mein Gott. All right, I did it. Okay, auch hier ist... Zu. Ich würde sagen, perfekt. Ich würde sagen... Oh, ich habe noch... Ah, die ganzen Zombie-Typen. Die Zombie-Typen waren es ja. Hier wird noch immer nichts drin sein. Okay. Kein Problem. Ich bin... Nicht ausgerüstet. Das sollte aber auch... Absolut kein Problem darstellen. Jetzt mit Taktik. Ich weiche nicht aus... Und nicht zurück. Ich... Die Taktik ist folgende. Beten. Perfekt. Wir sind zum Zweiten. Okay, wir sollten was essen. Keks. Lecker. Ja, gut. Das... Fisch. Okay. Und go. Perfekt. Oh, hier habe ich die Abwehr von oben. Kommt her, meine süßen, kleinen, grünen... Gehirnfressenden... Pieselköpfe. Kleine, süße, grüne, gehirnfressende Pieselköpfe. Alright. So weit war ich. Hier kommt gleich noch ein Schalter, oder? Ach, hier vorne gehe ich drauf. Okay, kein Problem. Was war das? Ah, der Typ von hinten! Dieses feige Knochen-Gerüst. Ehrlich. Dass du dich... Dass du dich nicht genierst. Ja, den ganzen Weg hier hoch. Und ich komme auch den ganzen Weg hier runter. Aber runter ist einfacher als... Drauf. Okay, Concentrations. We can do this. Ich bin hochmotiviert. Und überhaupt nicht angespannt. Und hab keine Angst vor euren Kommentaren. Wie großartig ihr das mit verbundenen Augen gemeistert habt bisher. Beim ersten Mal. Ich weiß das. Ich weiß, YouTube. Oh oh. Das ist nicht gut. Soll ich hier rüber, oder? Das ist nicht gut. Das ist zum Beispiel gar nicht gut. Haha! Damit hat niemand gerechnet, oder? Was zum Henker tue ich hier? Ist ja ein geheimer Geheimweg. Maybe. Auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Oh no! Jump and run! Meine Spezialität. I can do this. Like a pro. Soll ich nicht gleich hier rauf springen? Haha! Der Stern hat das einen Sinn! Mama! Ich kann nicht mehr sterben hier. Excellent. Nein! Ah, es ist scherbernach! Okay, Moment. Let's do this. Jetzt vergesse ich auf die Spacelast. Jesus Christ. Oh, ja toll. Jetzt kann ich nicht mal sterben hier. Ah! Oh, ja toll. Okay, mit Konzentration. Ich flippe aus! Was ist denn hier? Okay, das wird jetzt langsam zu fehlen. Ich muss langsam hier rüber kommen, weil sonst... Jesus Christ! Was ist denn das? Kann mir das irgendjemand... Ich kam nicht mehr nach. Die ersten Schlucken waren okay, muss ich sagen, vom Cola, aber langsam brennt's. Also, ich meine, hier unten die Lava. Ihr wisst, was ich meine. Okay, da reicht ein einfacher Sprung. So einfach wäre das... Oh, ihr ist sicher. Ihr ist sicher! Wir machen den Abflug. Ähm... Okay, ich bin unten. Ich wollte auch hier runter, denke ich. Das war genau nach Plan. Speicherino. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich werde das in dieser Episode schaffen, weil ich ein Genie bin. Okay, ich denke, ist das wieder mit Zeit? Ach, schnell hier rauf. Wir folgen dem Ganzen ruckzuck. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Mir wird nur langsam schlecht. Und ja... Oh, sie geht zu! Sie geht zu! Hört ihr's? Oh, shit. Fuck! Verdammt! Oh, Zeit! Okay, kein Problem. YouTube, hey! Okay, 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 easy. Konzentration. Oh, Jesus, Jesus! Oh, Gott! Zählt das auch als tot, YouTube? Okay, es zählt als tot. Moment. Jesus... Komm her, ich schaff das. Wenn man so viel Cola... Oh, was ist denn? Da, was ist denn? Ich rufe deine Mama an und sage, dass ich heute nicht zum Essen komme, wenn das so weitergeht. Ja, ich habe keinen... Okay. Jesus! Okay, komm her. Ich sehe, warum dieses Ecken springen so kompliziert wird nach einer Zeit. Hier, geht's... Okay, das ist hier... Oh, sie gehen wieder zu! Mama! Wie denn? Ja, komm, das ist doch ich. So habe ich doch... Ich habe doch alles richtig gemacht, bis auf die Tatsache, dass ich manches falsch gemacht habe. Okay. Eigentlich mache ich alles richtig. Nur hin und wieder was falsch. Das ist die Logik dahinter, okay? Und das geht schon wieder zu. Ja! Nein! Oh, das waren doch Sekunden! Das war eine Sekunde, YouTube. Das war eine verdammte Sekunde. Oh, da musst du ganz... Okay. Zack, 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 zack. Easy going, I can do this if I really want. Perfekt, 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 jetzt, jetzt, jetzt! Ha, ihr Pieselköpfe, alle miteinander! Alle miteinander könnten mich kreuz... Und... Auch sonstige Art und Weisen, die ich selber noch gar nicht kenne. Jo, kommt er in die Arena des Todes! Wisst ihr, warum sie so heißt? Ihr stirbt, bitte! Das sollte euch klar sein! Das sollte euch klar sein! Okay, ich nehme mal den grünen! Und damit hatte ich recht, YouTube. Ich habe den grünen genommen. Achso, von hinten! Okay, ein bisschen auf Abstand bleiben. Oh, shit! Warum kann ich nicht nach hinten? Was war denn jetzt? Was war denn das? Warum bin ich denn schon tot? Von Zombie erschlagen, das kann er nicht... Ach, Schluck! Okay, ist aber halt kein Thema. Machen wir das Ganze nochmal. Okay, ein bisschen mehr Abstand halten. Nicht so wild drauf los. Nicht den Helden spielen. Denn die Helden stören als erstes. Das wissen wir doch alle ganz genau. Ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube, das war doch schon ein halber Liter Cola. Boah, okay. Ich sollte solche Spielchen nicht mehr machen. Auch Jüngere sind so. Und ich muss sagen, Jüngere trinken nicht so viel Cola. Das ist echt ungesagt. Okay, ich bin hier hinten. Die sind doch Speedy Gonzales-Zombies. Die schnellsten Zombies von Mexiko. Oh, wie viel? Vielleicht sollte ich eher flüchten. Vielleicht sollte ich eher flüchten. Wisst ihr was? Ich flüchte. Ich flüchte. So sieht es nämlich aus. Taktischer Fluchtrückzug. Ja, klar. Jetzt noch Pfeile links und rechts. Quatschen geben. Die sind noch immer hinter mir. Die sind noch immer hinter mir. Aber ich habe hier den Boden der Tatsachen. Und flip the switch. Flip the whip. Habe ich einen Schluck vergessen? Ne, 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 ne. Ich bin nicht gestorben, Joto. Pert auf. Mir ist schon ein bisschen schlecht. von Cola. Hier ist der Schalker. Yes. Ich träge normalerweise nicht Cola. Deswegen. Yes. Gib mir das Geheimnis. Woo. Congrats. You win. Clapping. Thanks for playing. Way to go. I'm the number one. Und habe einen Goldballen gewonnen. Yes. Okay. Bei dem einen. Okay. Warum ich bei dem anderen. Hier mit dem Zeit. Das Treppenraufspringen war. Die Stufen war ziemlich einfach. Ich habe aber die Pfeiltaste dazu verwendet. Okay. Weil ich dachte, ich muss in die Ecken springen. Beim letzten Versuch habe ich es nicht getan. Und dann war es ganz easy. Hey. Hey. Ich denke einfach zu kompliziert. Mein Gehirn ist einfach so voller Gehirnzellen. Also. So wie jedes Gehirn voller Gehirnzellen ist. Aber es ist. Die überschneiden sich manchmal. Die Gehirnzellen. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es so viele Gehirnzellen. Da weiß eine Gehirnzelle nicht, was die andere Gehirnzelle tut. Okay. Nehme ich noch. Danke fürs Zusehen. YouTube. War eine gute Map. Gefällt mir gut. Ich muss mal eure Vorschläge ansehen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und kommt mir nicht darum, wenn ich das Ganze jetzt nochmal spielen würde, wäre ich ein junger Gott. Okay. Einfach hier rauf. Ich wüsste alles, wie es geht. Also kommt mir jetzt. Doch. Hier kommt mir so, oder? Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es schäme mich. Eigentlich habe ich jetzt gewartet, dass noch Musik kommt. Dann hätte ich eine traurige Geschichte erzählen können. Und jetzt war das natürlich alles umsonst. YouTube. Oh, hier hinten geht's. Was ist hier? Wann habe ich das übersehen? Bin ich bekloppt? Das war eine rhetorische Frage, YouTube. Leave a faith. What the? Oh, okay. Das ist mein Swimmingpool. Mit einem Pilz. Okay, dann entspanne ich mich hier. Ich ziehe mich mal aus. Warte. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. . Huh. Huh.